GIGA GIGA Entschuldigung, musste gerade das Set umbauen. Herzlich willkommen bei WebCheck, erste Ausgabe des neuen Formats hier auf GIGA. Und worum geht's bei WebCheck? Natürlich um euch. Wir werden GIGA.de die Plattform geben im TV, die ihr schon seit langer Zeit verdient habt. Und natürlich euch auf diese Art und Weise der Community. Es passieren immer sehr viele Dinge auf GIGA.de, die im täglichen Stress des Internets untergehen. Wir werden in dieser Zeitschiene diesen Content die Möglichkeit geben, sich hier zu entfalten. Zum Beispiel werden wir auf die verschiedenen Aktionen, die es auf GIGA.de geben wird, wir haben verschiedene Gewinnspiele, die wir mal anteasen werden. Wir werden in die Foren unterwegs sein, wo ja grundsätzlich alle GIGA-Mitarbeiter unterwegs sind. Ja, alle GIGA-Mitarbeiter. Und dort werden wir natürlich auch fleißig dem zustimmen und eure Comments und Posts im Forum hier neuen Glanz verleihen. Darum solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Zum Beispiel werden wir auch über die Big Blocks hier auch sprechen, über die Themen des vergangenen Tages. Oder wie heute am Montag über das Thema des vergangenen Freitags. Das war nämlich Saints Row 2. Das hat der Kollege Florian Kamolz vorgestellt. Ich bin gerade auf seinem Artikel, den er da verfasst hat. Für PC war das damals. Damals, letzten Montag, wisst ihr noch? Und da solltet ihr die Chance auf jeden Fall nutzen. Ihr könnt da gerne mal auch seine Meinung nochmal dazu durchlesen. Und wir haben da natürlich auch sehr, sehr viele Comments über die ganze Geschichte gehabt. Heute solltet ihr die Chance ebenfalls nutzen. Das nur als Beispiel. Wir werden nämlich heute ebenfalls wieder einen Big Block haben. Und zwar Afro Samurai für die Playstation 3. Artikel ist bereits auf der Seite. Postet da rein. Morgen wird Herr Dennis Richtarski die Sendung moderieren. Und zeitgleich euch die Möglichkeit geben, hier ein bisschen Raum und Bild hier im Fernsehen zu verschaffen. Wenn ihr in den Comments zu Afro Samurai postet. Jetzt auch gleich im Anschluss die Frage, wer moderiert es? Ich habe beim Stöckchenziehen verloren. Deswegen bin ich derjenige, der die Sendung heute eröffnen darf. Gott sei Dank, was mich auch sehr freut. Und ansonsten wird es ein Rotationsverfahren geben. Das heißt, ihr werdet heute mich sehen. Morgen den Dennis. Übermorgen wieder mich. Das heißt, wir haben diese Woche ein kleines Abwechslungsverfahren. Und dann nächste Woche könnte man den Colin sehen. Übernächste Woche mal den Flo. Das heißt, ihr werdet jedes Giga-Gesicht hier auch mal sehen. Und vielleicht werden wir auch mal den Herrn Schlieper mal dazu überreden. Das wissen wir aber noch nicht. Die Verhandlungen sind mit den Männern in Schwarz noch intakt. Das dauert noch ein bisschen. Jetzt allerdings noch eine ganz andere Geschichte. Und zwar werden wir ebenfalls sehr ausführlich über die Hot Topics, jetzt da ihr wisst, worum es hier bei WebCheck geht. Und zwar um euch. Werden wir mal ein bisschen über die Hot Topics reden. Und zwar ist mir der folgende aufgefallen. Hier aber heiß diskutiert. Im Forum dies und das nach dem Durchspielen von Videospielen. Das ist ja immer so ein Thema, was viele Leute interessiert. Mich auch. Und ich habe da einen sehr interessanten Thread entdeckt. Den werden wir dann nach der Werbung auf jeden Fall analysieren. Herzlich willkommen zurück beim Giga-WebCheck, eurer Plattform im Giga-TV für Giga.de. Und wir werden jetzt auch gleich durchstarten im Dies und Das Forum. Da ist nämlich ein interessanter Thread, der mich persönlich heute Morgen schon interessiert hat. Und den ganzen Tag durch habe ich da manchmal reingeguckt. Ja, so stark kann mein Interesse sein. Man glaubt es kaum. Und ich zeige euch kurz, wie ihr ins Forum kommt, das Dies und Das heißt. Und da gehen wir einfach hier auf unsere Startseite. Wenn ihr auf unserer Startseite seid, hier auf Giga.de, dann könnt ihr ja auch zeitgleich, könnt ihr schon multitaskingfähig, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ihr könnt schon mal den Afro Samurai in einem Tab öffnen. Da schon mal drauf gehen und da unten eure Comments niederlassen. Ein bisschen verewigen. Wenn ihr jetzt also hier auf der Startseite seid und einen Comment im Afro Samurai Artikel erstellt habt, könnt ihr hier auf Forum gehen. Und das dauert jetzt natürlich ein bisschen. Hoffentlich nicht zu lange. Und dann gibt es das legendäre Dies und Das Forum hier ein bisschen unten. Und dann findet ihr das hier. Also normalerweise sind wir da ganz oben. Dann scrollen wir ganz nach unten. Und dann hier beim Dies und Das Forum. Da haben wir es gerade. Ein Forum, was eigentlich bei uns, das sich im Off-Topic-Bereich abspielt und deswegen auch relativ selten erwähnt wird. Und da haben wir einen interessanten Thread von Real7Maniac nach dem Durchspielen. Der hat mittlerweile schon 1785 Hits und 83 Posts. Und wir gehen mal hier nach dem Durchspielen aufs Leder. Denn wir haben hier schon so Geschichten. Was ist die Intention des Threads? Moment, ich gehe mal nach ganz unten auf die erste Seite. Denn das ist, da konnte ich mich tatsächlich selbst ein bisschen wiederfinden. Und zwar schreibt er hier, Hey, immer wenn ich ein Game durchgezockt habe, das mehr oder weniger ein tragisches Ende hat, zieht mich das immer zwei bis drei Tage total runter. Also zum Beispiel bei Final Fantasy X oder erst vor kurzem bei Call of Duty 4. Obwohl das Ende meiner Meinung nach viel zu kurz und zu offen ausgefallen ist. Hm, gut. Also Call of Duty 4 und Final Fantasy X habe ich beide durchgespielt. Beide Spiele, die tatsächlich ein Thema haben, beziehungsweise ein Ende haben, das jetzt nicht unbedingt danach schreit, nackt und voller Freude über die nächste Heide zu laufen. Aber trotzdem schon bedenklich. Knights of the Old Republic war das letzte Spiel, das bei mir so einen Twist gemacht hat. Es gibt da so eine bestimmte Szene, einen der besten Story-Twists aller Zeiten meiner Meinung nach, wo man auch Kenner wissen, wovon ich rede. Und ja, auf jeden Fall kriegen wir dann noch so Geschichten. Und das ist ja das Typische beim GIGA-Forum. Ja, sobald einer einen ernsthaften Thread eröffnet, lassen sich locker immer 50 Leute finden, die erstmal versuchen, den Thread-Ersteller ins Lächerliche zu ziehen. Super, Niveau, Ahoi, macht weiter so. Ihr tut damit diesen Thread-Ersteller einen großen Gefallen. Der wird bestimmt nochmal kommen, wenn er was von euch wissen will. So, und wir gehen jetzt hier mal, ähm, hatte ich jetzt nochmal einen Thread von Dude01 erfahren. Das einzige Spiel, wo ich das hatte, aber auch nur für zwei bis drei Stunden, da ich mit sowas nicht gerechnet hatte, war Half-Life Episode 3. Half-Life Episode 3? Ist es nicht viel eher Half-Life Episode 2, mein lieber Dude? Als Eli zum Schluss getötet wurde. Okay. Jetzt hab ich euch schon mal den Spaß verdorben für Episode 2. Ja, hätte ich vielleicht den großen fetten Spoiler-Alarm noch ausrufen sollen. Ja, falls ihr es nicht wisst, Harry Potter stirbt ebenfalls zum Schluss. So, jetzt schockt euch gar nichts mehr in Sachen Spoilern. Und, äh, deswegen gehen wir nochmal eine andere Geschichte durch. Denn GIGA hat ja nicht nur das Forum, sondern auch noch ganz andere Aktionen. Zum Beispiel gehen wir nochmal auf die Startseite. Vielleicht hab ich Glück. Ja, hab ich Glück. Oben natürlich seht ihr immer diesen kleinen, äh, oh, pardon, jetzt bin ich aus Versehen in Altab. Genau, hier will ich hin. Ähm, hier, die, äh, Aktion hier gerade oben. Also, das ist so der Platz, wo neue Gewinnspiele, neue Aktionen von GIGA vorgestellt werden. Und zwar die Spring Shots. Dort wird, wenn die Leute mal geehrt, beziehungsweise die Leute, die hinter der Kamera arbeiten, kriegen da endlich mal ein Sprachrohr von uns verliehen und, äh, können da mal ihre Lieblingsspiele präsentieren. Das Ganze wird in Zeitschriften in nächster Zeit und natürlich, äh, in diversen anderen Sachen, wie zum Beispiel hier im TV gleich gezeigt. Es gibt ja nämlich auch TV-Werbespots, die wir uns angucken werden. Ich glaube, ich nehme jetzt einfach mal die Nicole. Joachim Lienhardt nehme ich jetzt einfach mal. Wo ist er denn? Ich glaube, er ist hier. Ne, der hat ja Mario Kart Wii genommen. Ich finde ihn nicht. Vermutlich hat er sich gerade reingehackt. Ah, da ist er. Und, äh, da gehen wir doch gleich mal drauf. Denn, das ist Joachim Lienhardt, unser Bildmischer. Das ist der Mann, der dafür verantwortlich ist, für das Bild, was ihr gerade seht. Ne, natürlich auch Kahn und Stefan Kopp, unsere beiden Kameramänner, sind natürlich auch dafür verantwortlich. Und zwar endlich Racing für echte Männer. Bitteschön. Ist das nicht herrlich? Moment, hier nochmal im Bild, das ist er, Joachim Lienhardt. In voller Pracht und voller Schönheit. Er will nicht umschneiden, weil er nicht will, dass er gesehen wird, nehme ich an. Aber das ist er. Ihr seht es auch schon hier am Plasma, wenn er den jetzt auch noch umschaltet, ja, hier seht ihr es auch natürlich ganz lässig, ja, an der Windschutzscheibe, ne, an der Fensterscheibe, ne, der Ellenbogen oder wie er, wie er natürlich, oder wie wir es in Straubing nennen, diese Pose, ne, der Proletenbogen. Aber egal, wir machen jetzt erstmal weiter mit einer anderen Dame, die ja eigentlich ganz ungern vor der Kamera gesehen wird. Und zwar, ähm, unserer Maske, die liebe Annika, ja, haben wir auch ebenfalls hier. Könnt ihr mal drauf gucken. Die einzigen Ringe, die man nicht wegschminken kann. Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen. Könnt ihr euch alle der Reihe nach angucken. Und das ist natürlich auch noch herrlich. Wir haben das Ganze auch noch als, äh, Printkampagne auch noch am Start. Und, äh, auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Eine andere Geschichte, auf die ich noch, äh, hinweisen möchte, ist, ähm, der Charactershow dann. Ich habe ja gegen Nils verloren, ja, am Wochenende, am Sonntag war das, mit 3% Unterschied. Äh! So. Ich weiß gar nicht, wer ihn overall verloren hat, weil nachdem ich raus war, war ich so gekränkt, äh, als ob ich gerade Final Fantasy X durchgespielt hätte. So fertig war ich da. Und, äh, da, wenn wir jetzt auf der Startseite nochmal sind, könnt ihr da einfach runterscrollen und dort findet ihr in den Charactershow dann zwei absolute super Böserwichte. Sephiroth gegen Arthas, natürlich. Äh, Sephiroth verdient vorne. Führt auf jeden Fall. Mit 57%, gegen 43%, völlig verdient Sephiroth. Die fieseste Sau, die er im Videospiel jemals gesehen hat. Und, äh, da sollt ihr auf jeden Fall auch mit abstimmen. Wir wollen natürlich wieder ein großes Turnier der Videospiel-Fieslinge da aufbauen. Eine andere Geschichte, die auch noch interessant ist, die ich jetzt beinahe vergessen hätte, aber, äh, mir aufgrund meines Unterbewusstseins gar nicht nochmal ins Gedächtnis springt. Ähm, Frühjahrsputz bei Giga. Es gab ja einen Thread, der wurde von Chris Witte. Hier, da haben wir ihn nochmal. Großaufnahme. Chris Witte. Ja, das ist sein Gesicht. Chris Witte. Die beiden Kanten, die eigentlich seinen Kopf darstellen sollte, das ist Photoshop, aber das Gesicht ist Chris Witte. Und, äh, der ist unser Head of TV und hat da mal diskutiert und erklärt, was es mit den neuen Giga ab heute, ähm, auf sich haben soll. Wie gesagt, wir haben jetzt hier Web-Track, die eigentlich augenscheinlichste und auffälligste Neuerung der Rekonstruktion. Und, äh, wir gehen jetzt hier mal ein bisschen weiter, da könnt ihr gerne nochmal mit, äh, diskutieren, das ist im Giga, ich glaube im Giga-Allgemeinforum, ganz genau, direkt über den Thread Maxi heirate mich. Nur so nebenbei, nur damit er wisst, wo er hinmüsst und, äh, das ist auf jeden Fall eine ganz nette Geschichte. Da gibt's auch Leute, die dem Ganzen ein bisschen kritisch gegenüberstehen, keine Angst, da lesen alle Giga-Mitarbeiter mit, diskutieren auch ein bisschen mit euch, wollen euch erklären, warum wir das machen, dass das wirklich alles Sinn macht und, äh, jetzt sollte, wünsche ich euch viel Spaß mit dem laufenden Programm.